Diese Anfälle von meinem Unterbewusstsein oder was weiß ich, sagt er, nein, du musst das jetzt hier so sagen. So richtig in einem dummen Dialekt. Aber ich wehre mich dagegen. Ich will dagegen vorgehen. Also hier wird wahrscheinlich noch eine Etage dann gebaut. Also wo wollte ich das eigentlich machen? Stimmt, jetzt muss man nämlich hier so nach hinten gehen. Und so nach hinten gehen, ne? Und dann können wir erst ab hier so weiterbauen. Und hören dann hier so auf. Oder? Wäre das so korrekt? Ich weiß das jetzt gar nicht, wie das... Eigentlich schon, ne? Eigentlich müsste man das so bauen. Ähm, jo. Wartet, ich muss mal ganz kurz kacken und... Okay, Leute. Also das war jetzt gerade ein bisschen schockierend, was ich da mit jetzt so ein bisschen... Das geht ja keinem was an. Gut. Ähm, wir bauen einfach weiter. Das ist jetzt gerade ein bisschen... Ich bin jetzt hier ein bisschen schlecht gelaunt, aber... Naja, kann man ja nicht ändern. Was habe ich denn hier eigentlich gerade für eine Scheiße gebaut? Was war denn das gerade hier? War das jetzt richtig, oder? Ne, ich hatte irgendwas falsch ge... So nach oben? Äh, so. Und jetzt ist das Ding zu? Ja. Warte mal, ich muss mal gucken, wie das aussieht. Nicht, dass das jetzt total bliebend aussieht und... Ne, wenn dann noch... Ne, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, würde ich sagen. Wenn wir uns das lebst, sondern... Okay. Ich sag mal was. Ähm... Und zwar gehen wir jetzt auf die Pirsch. Wir nehmen aber nix mit, außer wir essen uns noch mal richtig voll. Heilen uns halt. Wir machen uns auch noch gleich mal eine komplette Rüstung. Ähm... Was war das jetzt? Wo ist jetzt mein Brot hin? Äh... Hallo? Habe ich kein Brot mehr? Kein Brot mehr? Ne, warte, das lassen wir kurz. Ne, gebratenes Hühnchen haben wir auch noch. Mh, lecker Hühnchen. So, das... Alter! Das müsste jetzt aber eigentlich auch noch reichen, um uns überhaupt mal voll zu machen. Jetzt können wir uns nämlich hier... Ähm... Ne Schmucke Rüstung machen. Wir brauchen nochmal Schuhe. Wir brauchen noch einen Helm. So. Jetzt haben wir hier unsere komplette Rüstung. Da und dann geht das auch so. Ähm... Die müssen wir allerdings da anziehen. Oh ja. Oh ja. Du, 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 du... Wir tun aber unser ganzes Zeug noch da rein. Weil ich möchte jetzt echt nur auf die Jagd gehen und... Na gut, das gebratene Hühnchen ist... Das lassen wir mal, falls wir irgendwie zu stark getroffen haben. Und vielleicht nur ein Ei zu schmeißen, aber... Das denke ich, ist auch nicht unbedingt nötig. Ich glaube, die sind jetzt noch da. Was? Warum sind die jetzt weg? Hallo? Da waren doch gerade ein Skelett und so. Der hier Creeper, Alter. Auf den hab ich gar keinen Bock mehr. Da bremst ich eigentlich nur noch bis vier. Oh ja. Hier komm. Okay. Ich möchte nicht irgendwie von hinten angegriffen werden. Deswegen bleib ich mir in der Nähe. Roten wir einfach mal die Zombies da oben um. Ähm... Ganz okay, weil... Wir wollen... Ich möchte eigentlich nur Erfahrung grad schrauben und vielleicht ein paar Knochen, aber... So... Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. So. Stufe 19 sind wir schon. Bisschen da hinten. Äh, okay. Aber ich find grad keine Skelette, die ich eigentlich bräuchte. Okay, da unten steht schon eins. Das hat wahrscheinlich meine Gebete erhört. Ja. Ja, ja, komm. Schieß, schieß, schieß. Schieß, schieß. Ein Fehler. Nein, der kleine Fehler. Das ist ja unser Beet... Ey, das ist unser Beet gar nicht. Okay, der... Der hat zwar unser Beet ein bisschen kaputt gemacht. Das hat uns aber auch immer zwei Knie von mir gebracht. So netzen auch nicht alles Skeletzen. Ey, ey, ey. LOL. Die Viecher können aber auch springen. Es können ja auch so Skelette auf so... Auf den Viechern hier reiten, ey. Kann ich auch immer ekelhaften. Oh, unser Baumform hat schon ganz schön Gestalt angenommen, wie ich sagen muss. Die kann man vielleicht auch mit so ein bisschen Skelettzeug füttern. Mit Knochenmehl heißt das ja, ne? Ähm. Nicht zu verwechseln mit Knochen... Scheiße, mir fällt grad kein Wort, wird's ein. Ich dachte, ich kann jetzt mal wieder so einen richtig schlechten Joke bringen, aber... Das ist dann doch nichts geworden. Da unten ist ein Creeper, da ist ein Joke-Creeper. Da ist ein Skelett, aber dafür begeben wir uns nicht in die Übersreihe von Creepern, würde ich sagen. Dann machen wir das doch. Vielleicht... Ja, okay. Komm, komm. Hat's uns schon? Hat es schon bei uns gefokust? Stecken wir uns nicht hier? Warte, warte. Ah, okay. Nein, nein, nein. Okay, es... Alter, alter! Was? Scheiß viel aus dem Hinterhalt, ey. Du kleiner Back-Reeper, weißt du? Aber wir haben einen Faden bekommen. Das heißt, wir können es bald einen Angel machen und sind dann nicht mehr auf Weizen angewiesen. Ich geh mal hier oben den umständlichsten Weg und... Uah! Uah! Der Creeper hat uns nicht gefokust, das ist gut. Wir haben jetzt eigentlich... Oh ja, wir haben zwei Fäden. Wir können uns echt einen Angel bauen, das finde ich ziemlich cool. Warte, lass uns mal hier rein, bitte. Ähm, zack. So. Haben wir doch jetzt schon mal wieder ein bisschen was an Erfahrung gesammelt und... Knochenmehl haben wir auch schon wieder. Und dann, naja, das hebt man uns noch auf, oder? Ich weiß nicht, wenn wir einen Hund finden, dann wäre es natürlich schade. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Kiste. Eine neue Kiste. Wir werden das auch mal sortieren. Ich werde ihm, glaube ich, jetzt gleich mal ein paar Kisten machen. Wer nicht kennt, der weiß, dass ich jetzt übertreiben werde, aber... So, zack. Haben wir acht Hund. Das soll ja sowieso unser Lagerkeller werden, von daher. So, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Haben wir eigentlich schon ein Lockchen. Als erstes sammeln wir mal hier Holz und Stein ein. Ähm, ja, Kies. Ja, halt diese ganzen Blöcke, die wir zum Bauen brauchen. Stein, zack, zack. So. Ähm, das kommt erstmal alles da rein. Ein bisschen schön geordnet. Ähm, kommt das rein und das rein. Als nächstes unsere Werkzeuge, die wir zurzeit nicht benötigen. Ähm, zu Werkzeugen zähle ich auch sowas. Bögen, Sticks, Eisenbäume, Fackeln und Kohle halt. Das ist auch noch Werkzeug, das ist auch noch Werkzeug. Das nehmen wir einfach auch mit. Naja, das kommt dann extra Truhe. Das kommt dann zur Farmtruhe. Na, hier kommt jetzt der ganze Scheiß hier rein. Zack, 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 zack. Da haben wir so ein bisschen Werkzeugvorräte. Laps, Lats, Zürn, Nubis. Ja, komm, hier. Lass einfach einen ganz anderen Scheiß auch mit da reinnehmen. Das ist jetzt nicht das Problem, würde ich sagen. Ich bin, Alter, wir haben schon ganz schön viel unnützes Zeug gefarmt. Also, Bedstern haben wir auf jeden Fall genug vorerst. Vorerst, sag ich mal. Zack, 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 zack. Okay, das nehmen wir mit. Wir müssen noch unser Schwert mitnehmen. Und die Steinschaufeln, die gehören eigentlich hier mit rein. Okay, nehme ich erstmal meine Eisenschaufel, meine Axt und meine Spitzhacke mit. So, okay. Kein Problem. Da ist aber wieder ein Skelett. Oh, ne Enderman, Alter. Oh, das wird schön. Das gibt richtige Erfahrung, Alter. Ich weiß auch, wie man das viel gut besiegt. Weil man darf es, man muss halt immer auf die Füße schlagen. Also, wie es gerade bei dem Skelett gemacht hat. So. Wir dürfen es halt nur nicht angucken, ne? Das ist einfach das Einzige. Das ist einfach das Einzige. Wieso hat er sich geportet? Wir haben ihn nicht angeschaut. So. Sehr schön. Haben wir den besiegt. Oh, das Skelett brennt. Also, da müssen wir uns jetzt echt beeilen. Ey, ich laufe hier im Slow-Motion-Tempo. Jaja, komm, komm, ich wollte nicht nur noch unboxen. Jetzt haben wir nämlich noch in sein Zeug gelootet bekommen, obwohl wir am wenigsten gemacht haben. So, okay. So fahren wir nämlich nochmal ganz schnell Erfahrungen. Oh, flotte Wege. So. Ja. Gut, haben wir erstmal wieder fast Stufe 21. Also, wenn wir Stufe 38 sind, würde ich dann anfangen mit Bibliothek und so bauen. Und apropos Bibliothek. Wir müssen mal hier mal alles abgeerntet haben. Haben wir auch alles mitgenommen. Wollen wir mal hoffen. Also, man sieht, also, diese Form, die kann man echt schnell mehr raufführen. Eigentlich habe ich jetzt schon echt genug an Macht. Aber ich würde sagen, wir bauen das noch einfach weiter so. Soweit wie es geht, ne. Schaden kann es ja nicht. Weil wenn wir später eine riesige Bibliothek bauen wollen, dann ist das nicht schlecht. Und so zur Baumfarm ist echt gut geworden, ja. Ich glaube, die wäre ich auch mal ganz kurz ab. Ne, die lasse ich erstmal groß werden. Ich glaube, die Bäume können ja noch größer werden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir haben keine Baumaterialien mehr mit. Alter, wenn ich jetzt so weitermache, ne, muss ich das in drei Parts bitten. Wenn ich hier jetzt weiter so uns fleißig baue. Ähm, wir brauchen Koppel, Koppel, Koppel. Und wenn wir gerade mal dabei sind, ne. Können wir uns eigentlich auch gleich, um da mal zu gucken, so nebenbei zu illern, wie das aussieht. Ähm, ich sag, eine Ahnung. Das ist immer so blöd, hier das so zu ein bisschen so zu machen, dass das echt bei allem passt. Aber so hat es jetzt geklappt. Oh, scheiße, wir haben eins zu wenig. Okay, aber ein ganzes Deck, den haben wir schon mal. Das ist jetzt ganz okay, möchte ich sagen. Für den Anfang. Ähm, 64 Koppel werden auch, ähm, eine gewisse Zeit jetzt reichen, denke ich mal. Und irgendwie ist mein Mikrofon gerade ein bisschen leiser, aber, ne. Müssen wir sprinten unter Hup? Ne, muss man nicht. Na, gerade ein bisschen. Wir können ja auch verhautetes Fleisch essen, aber, ne. Da habe ich aber gar keine Lust drauf. Ich meine, normalerweise bin ich voll der, ich liebe verhautetes Fleisch, aber jetzt gerade nicht. Und deswegen machen wir das auch nicht. Weil mir das nicht gefallen mag. So, zack, 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 zack. Oh, oh mein Gott. Ich wollte das eigentlich gleich so machen, weil ich da ein paar habe, aber verbauen kann man es auch gut. Und, wie man jetzt gerade eben gesehen hat, wir können ja gleich mal so zack, 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 zack. Eigentlich immer gleich zwei reinfertigt, das ist jetzt auch nicht, das ist ziemlich gut, wenn wir gleich zwei reinhaben. Aber nämlich schnell die Arbeit weg. Dauert zwar auch ein bisschen länger, so vom Bauen her, aber, naja. Wayne interessiert's, ne. Ähm, hey, komm schon. Okay, ne, wir machen's doch anders so. Ne, gut. Wenn ich jetzt immer hier unten bin, mache ich das einfach so. Weil wir brauchen eh gleich einen neuen Kobbel, das war jetzt nicht geplant. Einen Kobbel brauchen wir nämlich genau jetzt. Sehr schön. Gehen wir mal wieder runter in Geller und Geller, wo wir alle eingesperrt haben und nehmen jetzt ein bisschen Flaster statt. Oh, wir hatten noch genug Flasterstellen mit, hab ich gerade gesehen, aber, naja. Fehler halt, ne. Ich glaube, ich nenne das Let's Fail Minecraft. Wäre auch cool. So ein ganz neues Format. Let's failing Minecraft. Jeden Tag aufs Neue, ne. So, das sieht doch eigentlich ganz, ähm, fabulös aus, ähm, wie ich jetzt hier zocken kann. Und übrigens wollte ich schon mal anmerken, ich mach vielleicht nicht immer neue Themen, sondern einfach auch mal so Minecraft so aus. Just for fun zocken. Ich würd gern mal wissen, wie das aussieht, wenn ich... Jetzt hier so... Zack. Ah, ja, geil, das kommt von... Yeah, Baby, da hab ich jetzt gar nicht dran... Eigentlich wollte ich das wirklich anders haben. Du hast dich gerade ein bisschen falsch gesetzt. Ähm, einfach so. Ja, danke. Was soll denn der Scheiß jetzt? Hast du irgendwie gelitten oder so? Ich möchte einfach nur, dass du da gerade dran... Sag mal, hallo? Muss ich das irgendwie von so oben, so klack? Ne. Ich weiß gerade gar nicht wieder, wie ich das machen soll. Hallo? Nein! So soll das nicht sein. Was soll ich das mit der Spitzhacke? Das soll so nicht sein. Ich möchte es einfach... Ja, genau so. Ja, genau so. Ja. Jetzt haben wir's. Äh. Ja, nee, so eigentlich nicht. Was? Na. Ey, Baum, du stehst gerade so im Weg, ey. Wir hatten's gerade fast geschafft und dann tauchst du auf und machst unsere ganze Session kaputt. Ey, jetzt geh. Ey, weh, ey. Ich dachte schon, der Letzte geht jetzt auch so scheiße und das ganze Dörfer drüben auch nochmal so fitzeln. Boah, das hat mich ja jetzt total aufgeregt. Das hat mich total aufgeregt, weißt du. Kleine bisschen. Nein, gar nicht, schwor. Zap, zap. Ähm. Machen wir das, was ich hier oben auch mache. Dann muss... Ja, genau so, in der Eckkante. Finde ich cool, dass man jetzt so Eckkanten bauen kann. Früher war das dann immer problematischer, die Scheiße zu bauen. Aber gut. Danke. Ist ganz cool gemacht. So, wie machen wir das jetzt hier hinter? Das hab ich jetzt gar nicht bedacht, dass hier eigentlich zwei Platz haben müssen. Das hab ich gar nicht bedacht. Ähm. Können wir das noch vergrößern? Sollte das gehen? Und warten, haben wir einen Frame-Entbruch? Sollen wir die Aufnahmen beenden? Will uns das Spiel das sagen? Ich baut mal noch zwei Frame-Entbrüche ab und...